So, ein Rückwärtsgang. Ich habe mir gedacht, dass ich mal zur Abwechslung was anderes mache, als immer nur klassisches Japanisch. Diesmal gibt es von mir so zwischendurch eingestreut mal einen Kurs dazu, wie man chinesische Schriftzeichen richtig schreibt. Ich denke, das ist allgemein ein bisschen interessanter, auch für eine größere Zielgruppe sozusagen. Keine Ahnung, es gibt da immer 10.000 Bücher, die man sich holen kann und wo dann eben minimal winzigen Zahlen dransteht, welcher der wie viele Strich ist und so weiter. Aber man kann das auch anhand von ein paar einfachen kleinen Faustregeln einfach so erklären. Ich hatte vor, das ein bisschen mehrteilig zu machen, damit nicht alles auf einmal kommt, sondern auf, ich glaube, so ungefähr vier Videos aufzuteilen. Ich habe noch nicht ganz so genau einen Plan erstellt. Aber im ersten Video habe ich mir auf jeden Fall erstmal ausgesucht, dass es um waagerechte und senkrechte Striche und Kreuzungen dazwischen geht. Genau. Und ich habe mit dem denkbar einfachsten Zeichen angefangen. Also es gibt nämlich das Zeichen für die 1, steht hier. Während ich diesen Schriftzeichenkurs mache, weil die Schriftzeichen hier aus China kommen, werde ich die auch auf Chinesisch lesen. Nicht, dass sich da jemand irgendwie verwirrt fühlt oder sonst irgendwas. Entschuldigung. Also, das Schriftzeichen für 1 ist dieses hier einfach ein waagerechter Strich, I. Und im Grunde genommen gibt es, was die waagerechten und die senkrechten Striche angeht, und auch was Schriftzeichen insgesamt angeht, erstmal eine Faustregel, die man sich generell merken kann. Innerhalb des Schriftzeichens wird immer von links nach rechts und von oben nach unten geschrieben. Also ganz analog dazu, wie wir unsere Texte insgesamt schreiben, von links nach rechts und von oben nach unten. Bei einem einfachen Strich, wie beim Schriftzeichen I für 1, ist das noch relativ banal. Man macht einfach einen Strich von links nach rechts, so weit, so gut. Wenn man jetzt eine Kombination aus mehreren waagerechten Strichen hat, wie beim Schriftzeichen für 2 oder für 3, ich habe hier mal das für 3 ausgewähltes Zahn, dann hält man sich an die Reihenfolge, dass man die einzelnen Striche natürlich auch von links nach rechts macht und von oben nach unten. Das heißt, ich habe das hier schon mal aufgeschlüsselt, 1, 2, 3. Man schreibt einfach 1, 2, 3 von oben nach unten. So, was die senkrechten Striche angeht, ist es mit der Faustregel ganz genauso. Hier das Schriftzeichen für Fluss, Chuan. Und da schreibt man entsprechend von links nach rechts die einzelnen Striche. Also, einmal live von den Farben, links, Mitte, rechts. Und schon haben wir das Schriftzeichen Chuan für Fluss. So, kommen wir zu der Kombination aus waagerechten und senkrechten Strichen, zu den Kreuzungen sozusagen. Da gibt es die Regel zu merken, dass waagerechte Striche vor senkrechten geschrieben werden in Kreuzungen. Wie hier beim Schriftzeichen für 10, Schül. Erst waagerecht, dann senkrecht. Und schon haben wir das Schriftzeichen für die 10. Hier ist ein Schriftzeichen, das kommt jetzt nicht so häufig vor, aber es ist halt, um nochmal eine erweiterte Version davon zu zeigen, auch in Kombination aus mehreren waagerechten und senkrechten Strichen verhält es sich bei Kreuzungen so, dass erst die waagerechten Bestandteile geschrieben werden und dann die senkrechten. Erst waagerecht, dann senkrecht. Das Zeichen liest mir übrigens Jing und es heißt sowas wie Brunnen, genau. So, waagerechte und senkrechte Striche gibt es natürlich nicht nur so, es gibt sie auch in Kombination. Dazu habe ich jetzt mal hier Schriftzeichen Co. für Mund oder Öffnung gewählt, um das zu zeigen. Eigentlich haben wir da eine Kombination aus drei Elementen in dem einen Strich. Das zeige ich euch gleich mal in einem faktischen Beispiel. Beim Co. gibt es auch eine kleine Abweichung, nämlich auch wenn dieser lange Strich, der hier im zweiten Teil hinzugefügt wird, der unterste und der am weitesten rechtsendende Strich ist, wird er nicht als letztes geschrieben, sondern beim Co. ist es so, dass man erst die Seitenwand aufstellt, sozusagen, dann das Dach und die gegenüberliegende Wand aufstellt und dann erst unten zumacht. Das hat auch eine Bewandtnis, darauf gehen wir dann aber später nochmal ein, weil nämlich in das Co. auch Bestandteile hineingeschrieben werden können und dann kommt es wieder zum Tragen. Jetzt aber erstmal soweit, wir haben einmal den senkrechten Strich, der ist ganz normal, dann haben wir eine Kombination aus waagerecht, senkrecht und dann gibt es hier einen kleinen Haken. Den gibt es in manchen Schriftzeichen an bestimmten Strichen, also es gibt eigentlich fast alle Striche mit und ohne Haken und es kommt dann auf das Schriftzeichen an, ob man sie mit oder ohne Haken schreibt. Es ist nicht ganz so tragisch, wenn man den Haken vergisst, das macht in zwei oder drei Fällen, ergibt das dann unterschiedliche Schriftzeichen, aber in der Regel ist es einfach nur unschön, aber man kann trotzdem noch lesen, was gemeint ist. Also müssen wir den Haken jetzt erstmal nicht überbewerten, der ist halt einfach da. Nur beim Co., weil dieser Bestandteil, dieses Viereck so oft vorkommt, kann man sich da am besten gleich mal merken, dass er dran ist, dann macht man da nicht jedes Mal ein hässliches Kurs, sondern man macht ein hübsches mit Haken dran. So, und der dritte Strich, der dann auch dazu kommt, ist dann der untere zum Abschließen. Also Seitenwand, Dach, andere Seitenwand, der kleine Haken und unten dicht machen, der dritte Strich. So, genau. Um das Ganze jetzt mit einem senkrechten Strich zu kombinieren, da kommen wir nämlich auf die erste Regel zum, oder die zweite Regel zum senkrechten Strich. Wenn der senkrechte Strich alle waagerechten Elemente durchstößt, wird er als letztes geschrieben. Zur Demonstration habe ich das Schriftzeichen Zhong, also Mitte ausgewählt, so wie in Zhong, Ur, China. Da schreiben wir auch zuerst Co., den Mund. Und wenn das komplett ist, dann durchstoßen wir das erst durch den senkrechten Strich. Genau. Als nächstes habe ich das Schriftzeichen für König ausgewählt, Wang. Da müssen wir jetzt drauf achten. Wenn wir das Schriftzeichen ansehen, dann sehen wir, dass wir drei waagerechte Striche und einen senkrechten Strich haben. Und ich habe das hier auch schon mal so ein bisschen analytisch auseinandergenommen, um dann zu zeigen, welche Striche zuerst kommen und welche erst danach. Jetzt wird man sich zum Beispiel fragen, warum wir nicht zuerst alle drei waagerechten Striche und zum Schluss den senkrechten machen. Das liegt daran, dass hier der senkrechte Strich nicht alle waagerechten Elemente durchstößt. Wir haben einmal einen waagerechten Strich, mit dem das Zeichen oben begonnen wird. Der wird nicht vom senkrechten durchstoßen. Das ist der, der die obere Begrenzung des Zeichens quasi setzt. Dann haben wir den mittleren Strich. Das ist der einzige innerhalb dieses Schriftzeichens, der vom senkrechten durchstoßen wird. Der muss dann entsprechend auch als waagerechter und durchstoßender Strich zuerst geschrieben werden. Und dann erst folgt der senkrechte Strich. So, und auch der untere Strich in dem Schriftzeichen wird vom senkrechten nicht durchstoßen. Das heißt also, das ist der abschließende Strich für das Schriftzeichen und wird entsprechend an allerletzter Stelle beschrieben. Oder genau, als allerletztes innerhalb des Zeichens. Es gibt dann auch noch entsprechend etwas einfachere Zeichen, wie zum Beispiel das Zeichen Gan oder Gan. Das ist ein Kurzzeichen. Ich schreibe in der Regel in traditionellem Chinesisch, also in Langzeichen. Aber hier, weil es ein relativ gut und einfaches Beispiel ist und halt um das Prinzip nochmal zu verdeutlichen, habe ich mal ein Kurzzeichen genommen. Gan liest man es, wenn man sowas wie trocken oder sauber meint. Und Gan liest man es, wenn man sowas wie ein Pfahl oder ein Stamm meint. Die haben im Langzeichen unterschiedliche Schriftzeichen, im Kurzzeichen ist es aber zum selben Zeichen zusammengefallen. Ja gut, kann man jetzt von halten, was man will. Ich bin wie gesagt nicht so der Kurzzeichenfreund und schreibe lieber ein bisschen traditioneller. Aber hier als Beispiel einmal Gan. Gan oder Gan. Zuerst der waagerechte Strich, mit dem das Zeichen oben begonnen wird. Dann erst waagerecht und dann senkrecht. Hier haben wir halt zwei Regeln. Waagerecht und der senkrecht kreuzende danach. Und das, was durchstoßen wird, wird zuerst geschrieben und das Durchstoßende als Zweigsel als Letztes. Und das Ganze nochmal genau umgekehrt haben wir im Schriftzeichen Tu. Tu bedeutet Erde. Also die Erde an sich, nicht der Erdball, sondern Erde, Grund oder Boden. Und da haben wir es auch so, dass wir mit einem waagerechten Strich anfangen, welcher dann vom senkrechten durchstoßen wird. Und der waagerechte Strich am Boden des Zeichens schließt es quasi ab. Der wird als Letztes geschrieben, weil er nicht durchstoßen wird. Jetzt nochmal als kleines Zeichen zwischendurch. Mir fällt nämlich gerade ein, dass ich, aber nicht als Zeichen, sondern als Zeichenbestandteil mache ich einfach mal. Es gibt zum Beispiel noch dieses Ding hier. Das ist bis jetzt auch eine Kombination aus Dingen, die wir kennen. Das sind waagerecht, senkrecht, waagerecht, waagerecht, darunter nochmal waagerecht und nochmal waagerecht. Das sind alles Teile, die zuerst geschrieben werden und zum Schluss durchstoßen werden. Kommt zum Beispiel vor im Schriftzeichen für Pinsel. Das hätte man normalerweise zuerst geschrieben, weil die Regel von oben nach unten gilt. Aber nun mal jetzt, das wollte ich eigentlich außen vor lassen. Ich wollte nur demonstrieren, zuerst die waagerechten Bestandteile und dann zuletzt das durchstoßende senkrechte Element. Genau, und das sind die ersten paar Regeln, die wir uns merken sollten. Also obere Begrenzung zuerst, untere Begrenzung zuletzt, waagerecht, vorsenkrecht und insgesamt von links nach rechts und von oben nach unten schreiben. Gut, soviel dazu.